Hallo, 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 ich glaube es gibt Neuigkeiten am Bonsai Sektor. Ich habe vor ein paar Tagen Aktivitäten bemerkt und ich habe einer lieben Freundin, einer lieben Mehlfreundin, das auch erzählt und so nebenbei erwähnt, vielleicht sollte ich darüber ein Video machen und sie hat darauf das geschrieben. Ja, cool, mach einen Clip, ist schon keine Frage mehr, also es ist mehr oder minder ein Befehl. Tja und da ich keinem so netten Mädchen etwas abschlagen kann, egal was, also mache ich dieses Video. Zunächst hätte ich geglaubt, dieses kleine Gewächs hier würde etwas sein, aber ich schätze mal, das ist doch nur ein Unkraut. Aber zum Glück wächst hier auch etwas und das dürften jetzt wirklich die ersten Triebe vom Bonsai sein, von der japanischen Schwarzkiefer. Der große war natürlich der erste, den habe ich Kolumbus getauft und der kleine da ist der Bass, wegen dem Bass-Oltre in den zweiten Machen und da. Und ich bin ein bisschen, sie sind ein bisschen nass, weil ich sie gerade gegossen habe und wenn sie größer sind, wenn sie wieder gewachsen sind, werde ich wieder ein Video machen. Danke fürs Zusehen.